Okay, Bentley, bin im Gästehaus in Position. Hast du Informationen für mich? Oh, gut. Ich empfehle dir, sämtliche Zimmer zu durchsuchen. Es ist statistisch möglich, dass in jedem von ihnen ein Teil eines Smokings ist. Nach was genau suche ich in den Räumen? Das ist keine exakte Wissenschaft. Plündere den Schuppen, bis du Smoking-Teile findest. Jeder Plan, der Stehlen beinhaltet, ist okay für mich. Achtung, Bach, hier ist Lord Rajan. Die Party ist voll im Gange und alle Besucher sind jetzt im Ballsaal. Nun, der Ball mag ja durchaus ein Erfolg sein. Die Gäste sind nicht alle sauber. Halte die Augen auf nach dem ehlichtigen Gestalten. Ich will keine schlechte Presse für den Ball. Ich will keine schlechte Presse für den Ball. Das ist Rajans Zimmer. Pass auf, es ist vielleicht zusätzlich gesichert. Schöne, Schöne, Schöne! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.